Oh, wir spielen schon wieder die Map? Ja, ich spiel die nur noch lange mal zum ersten Mal Was willst du, willst du durch? Nein! Dürf ich mal ganz kurz? Gut, danke! Oh mein Gott! Hier ist ja keine Uni! Ich steh noch rum! Dass du rumschüttest! Ich bin 10 Sekunden auf Tal! Wie sich das Compulator einfach rumpackt! Ah! Was? Du hast doch gerade einen Tag geschaut, oder? Ja, ich hab auch keine Ahnung, wie das passiert ist! Oh, da war ja was! So fett! Bist du immer noch so weit? Der ist eigentlich stark gegen Hiski! Mir scheißegal! Ah! Okay, gut! Ja, die mir dann glaube ich dieses komische... Gehen sie weg! Ah! Was soll das? Wo hab ich denn den Scout her? Jeremy, komm mal her, komm mal mit! Felix, Felix, Felix! Geh mal zum Blutfleck! Kevin! 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 Mir soll zum Blutfleck richtig gehen! Ja, ja! Lol! Wenn du den Boden anleuchtet, der sieht ganz anders aus als vorher! Guck mal, wie der Boden auf einmal anders aussieht! Wait a minute! Ja, guck mal hier! Hier ist noch ein Blutfleck! Warte mal! Ja? Nein! Da ist eine Mikrowelle! Ich hab dir grad einen Edgealt gegeben, warum schnippst du nicht? Egal! Naja, du hast mir gar keinen Edgealt gegeben! Oh, ich hab nicht mal einen Schuss, das war einfach... Alles klar! Ja, sag ich doch! Ich hab... ich hab halt einfach grad auf dem Kopf gezielt links geht gedrückt! Schussanimation und das alles kam! Das Geräusch auch! Aber... Ich hab noch den von... Schuss! Hallo! Hallo! Hey, okay, das ist gerade eine gute Idee, wenn der da ist! Oh nein! Hallo! Hilfe! Ich helfe euch! Ja... Lars ist es! Nein! Ich hab nichts gesehen! Da ist es denn! Nee! Stirb doch... das fand ich gerade nicht so lieb okay waschen war mit wasser und ein wasser hilf mir okay 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 Ich bin natürlich in die dumme T-Falle reingerennt, ne? Ich bin gestorben, weil Hiski gestorben war und dann soll ich gerade auch... Ah, wir beide waren Deathstrip, ok, dankeschön. Hab ich doch geschrieben, mir. Achso. Ja, mir. Also hättest du ich geschrieben, hättest du es eher verstanden. Hiski. Ich will nicht mehr leben! Au! Mir war das doch... Sehr schlau, wir haben immer diesen... Wer ist denn das Klo reingegangen? Ich. Wow, Kevin. Ach, Kevin ist auch gestorben. Ich kannte das nicht. Und ich war Tee. Hiski. Okay, ich war kein Tee, ich war... Geht der Shit nie aus. Warum gibt's keine Zitate mehr? Aua. Umstieg. Geil, ich spawne im Feuer. Ja. Ich wollte doch kein Radio, Mann. Oh Gott, nö. Ach, RIP. Nein. Bitte nicht. Nein. Ey. Was glaubt er denn? Eski, was? Okay, ne, da lauf ich jetzt nicht durch. Ja, ruf man das, geh dann nicht durch die Tür. Hä? Gibt es da eigentlich auch einen anderen Weg nach oben? Nein. Und danke für die Coin. Ach du Scheiße. Boah, nicht schon wieder. Okay, das ist ja die T-Falle. Thema Autosniperweise. Eski, kannst du beim nächsten Mal bitte warten, bis ich was gekauft habe, damit ich mir vielleicht noch eine Sekte Chance holen kann? Nein. Mann, du bist ein Ei. Also, Hiski, Als Innocent habe ich bis jetzt jeden Gauntlet überlebt. Und als T bin ich bis jetzt an jedem gestorben. Sehr schön. Ich bin das erste Mal, dass ich an jedem überlebt habe, äh, bei dem. Toll, ich bin... Außer es einem Mal, als er ein zweiter T-Kettleister gestorben ist. Als ob die Falle da nicht hoch geht. Ich bin das dritte Mal da dran gerade gestorben. Na schön. Jetzt hier habe ich auch schon zwei, drei Mal oder so überlebt. Ich habe gar nicht allerdings noch nicht einmal überlebt. Na, das werde ich auch... Oh, nee. Oh, nee. Hey. Ich bin Traitor in grün. Also, das ist Survivalist. Survivalist. Hallo. Also, ich bin... Du bist ein grüner Traitor? Ich bin ein grüner Traitor. Ich bin... Ich bin unschuldig. Ich bin blau. Äh, Kevin. Ich bin auch grün. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Ja. Kevin ist blau. Ich bin schuldig. Kevin, ich gehe mal kurz zu dir. Oh Gott. Nein, nicht. Ich weiß, wo du bist. Ja, ich weiß. Ich bin extra gehitten. Hey, 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 hey. Whisky. Whisky. Nee, Jerome. Jerome. Hilfe. Hä? Jerome. Jerome ist böse. Ich kann... Jetzt schießt auf mein Schaf. Geht das? Ja, ich... Hä, ist das... What the fuck? Oh. Okay. Jerome ist böse gewesen. Hi. Whisky ist es auf jeden Fall. Hä, wieso? Ich habe auf den Schaf geschossen. Du hast auf den Schaf geschossen. Ich bin detektor. Ja und? Ja und? Halb. Ah. Ah. Oh mein Gott. Was ist das da hinten, was da hinten fliegt? Warum komm ich? Was ist das? Du siehst das auch, oder? Junge, wo bist ich? Voll. He ist so schnell, das ist doch geistig behindert. Das ist doch geistig behindert. Oh, warte mal. Zieh sie halt so ab, ich bin nicht schnell. Drogen? WTF? Ja, easy! Du bist auf Drogen Ja! WTF? Was zur Hölle ist passiert? Hallo? Hallo? Ich habe keine Lange Kreuzschmerzen Ich habe keine Lange Okay Beste Stimmung, ey Was zur Was zur Boah Boah Ach Jerome, Mann Das solltest du trotzdem Bitte weiter unterlassen Robert, ich habe 6 Satz Damage Von deinem random Damage bekommen Und bin daran gestorben Es ist aber echt toll, dass ich meinen Kollegen töte Aber was hat mich ins Zyronom gebracht? Aber holy shit Ich war fast as fuck'n boy Keine Ahnung Alter, du warst Love on Drogen Love on Ice Aber mit E Ich kämpfe an die Leiter hinterher hoch Aber dann werde ich durch den Prop weggeballert Der Szeno, kann ich ja Keine Ahnung Der State ist gleich wieder da Ich wäre fast wieder in das Bad gegangen In das Bad Warte auf, äh, für F-Spec Wir wissen ja nicht, wann immer gleich ist Äh, wir wissen eh Komm noch mal zurück Der wurde gerade zu Spectator gemoved Warte auf, wenn wir wieder da Ja, komm mal, ich habe gerade gesagt Das ist scheinbar Ja, wir wissen ja nicht, wann wir gleich ist Ja, gleich ist gleich Äh, was? Also, Hisky Du bist mit dem Survivalist geboren Ah, du siehst das, oder? Hisky Was wird das, Kevin? Warte mal Was, wer ist das? Ich bin Survivalist Die Wecker, geht weg Okay, schön Ich bin jetzt hier Ja, guck mal nach unten, Link Kevin, 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 Kevin Ich messer dich Ich messer dich Wer, wen soll man töten? Kevin Kevin Oh mein Krass, okay Das ist ja nicht explodiert, Alter Was zum Fick ist gerade Die Die Anfragen Oh, scheiße Krasser Schrei sag ich nur Oh, geil Oh, geil Tee ist fertig F*** Fuck mein Ei fall da hing Im wahrsten Sinne des Wortes Oh,גott Derohreif protagonisch, kommt noch dazu n bisschen noch Halt die Klappe Okay, jetzt reicht Das überkocht gleich, hallo Cash und verbrannt Oh,Gott Alter, Winner. Der ist schon längst verbrannt, ey. Genau da. Nein, zurück. Da, ja. Wir haben nichts gesagt. Wir sind alle eigentlich alle tot. Hisky, ich kenn das. Ich glaub, du hast mich schon mal einmal so reingelegt. Ich bin tot, du Idiot. Hallo, ist mal okay? Lass mich ran, Infinity Shot. Alter. Alter, das ist heftig. Alter, was? Infinity Shot ist ja echt teilweise extrem OP. Hisky, ich mach nur zwei Runden. Ich hatte die M60 und Infinity Shot. Boah, Alter. Wisst ihr, was für mehr OP ist? Die MP9 und Infinity Shot. Soll ich dir sagen, was noch witzig ist? Ich schöp' dir den Shot, gar nur Infinity Shot im anderen Raum. Alter, was ist hier gerade passiert, ey? Ja, die Z-Paner sind. Wo sind die alle gestorben? Hauptsache, ich ging jetzt so, ich messer ihn, aber Grover ist halt null connected, leider. Hab ich jetzt irgendwas vergessen? Nee, oder? Ich bin halt einfach... Okay, soll ich dir mal sagen, was passiert ist? Du hast die Leute im Raum weggemacht, ich hab die Leute aus dem Raum weggemacht. Alter, ihr... Boah. Ähm, könntest du das Frivalist bitte rauslassen? Danke. Ey, ich bräuchte ne Waffe. Oh, shiny. Frivalist. Was soll da? Guck mal nach unten links. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Der pisst euch alle. Ja, geht jetzt. Oh Gott, das. Ja, geht jetzt hin, ja. Sprich, das war ne Waffe. AAAAAH! Zu innen wohl, äh, ich glaub, Lelexböse, sagen wir mal. AAAAAH! 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 Sie ist denn da hinter? Okay, scheinlich verfolge die, weil bei dir bin ich jetzt einzige sicher. Nee, du kannst auch zum D-T gehen. Ich nicht. Ich seh dich nicht, nee. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann mal raus zu dir. Na, ist nur noch mal raus. Willst du raus, oder? Nja. Ha? Ja, ich bin kleiner kürten. Warum würde ich raus nicht? Ich hab nichts gemacht. Jetzt, geh, geh mal rein. Oh Gott! Nein, ich geh da nicht rein. Alles gut, alles gut. Gemeinsam. Geh weg! Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Geh mal langsam. Geh weg! Ja, okay, tschüss. Ich glaub, ich stehe. Oh wow. Ernsthaft? Du bist Traitor? AAAAAH! Bye, Hisky. Das war klar, wo du mich im Raum schicken wolltest. Ach ja, tschuldigung. Ich kann mir, ich kann mir nie merken, wer das ist. Wer, wer war'n das jetzt? Der es eingesetzt hat. Ich bin nicht durch den Grunter gestorben, sondern dadurch, dass Shiny durch den Grunter gestorben ist. Ich bin dann durch den Gartel gestorben. Hab ich eigentlich die beiden Traitor damit gekillt oder was? Der Serial Killer darf eigentlich nicht diese Waffe nutzen. Welche? Warum hat Serial Killer überhaupt geshoppt? Die Wahrheit da im Shop tut mir leid. Warum hat der überhaupt einen Shop? Ich wusste davon nix. Der Serial Killer hat einen Shop, aber der hat keinen großen Shop. Der hat einen kleinen Shop glaube ich. Ja, wenn der keinen großen hat, dann wird er wohl einen kleinen haben. Er kann auch einen mittelgroßen haben. Bestes und mittelwert, schon mal gehört. Die Technik macht's. Ah, ich seh... Oh Gott, ich bin... Wieso bin ich schon wieder mit Shiny? Ey, Shiny! Ich bin Survivalist. Ich kann's überweisen. Sobald Kiara da ist, bin Kiara nicht. Er burned my ass. Ah, guck, ihr burned my ass. Ah, guck, ihr burned my ass. Oha. Ah, okay, ist plötzlich mal Schluss. Wenn du mich tötest, kannst du scheinlich auch gleichzeitig tun. Die burned my ass. Besser. Den Cyberlist... Den Cyberlist... Leben zu lassen wäre doch eigentlich besser. Ja, aber wenn du mich killst, dann stirbt, äh... Dann stirbt, äh... Hiski auch, weil ich mit dem Soldaten bin. Ja, äh... Ah, perfekt. Hallo! Ähm... Ja, das ist jetzt nicht so cool. Ich mag also auch nicht, dass der mir im Nacken steht. Ach so, das war's weggeflogen. Ja, dann... Ne, ich guck eigentlich nur dich an, weil ich weiß, dass Hiski's Survivalist ist. Ja, und... Ich weiß nicht, ob du Edo bist, deswegen guck ich's um. Ne, also... Wurde eben dem Random-Tester angezeigt. Stimmt. Ich will die Zuckerm-Shit. Ich will die Zuckerm-Shit. Ich will die Zuckerm-Shit. Ich will die Zuckerm-Shit. Warum bist du hurt? Können wir bitte einfach alle durchstanden? Ähm... Warum bist du hurt? Warum ist die Beeper mit dem Zuckerm-Shit rum hier? Äh, warum? Du schießt mich an. Da sind jetzt 2 Totes. Da ist gerade einer durch... Wow, äh... Warum machst du den Cyberlist weg? Ja, Shiny ist auch tot. Wow. Äh... Soviel dazu. W-W-Wer wärs, Dieter? Nicht. Aber du bist Pum. Kannst mal kurz. Luka... Ähm... Hm... Warum... Wie dumm war das denn? Ich hab hier halt voll in den Kopf geschossen. Ja, ihr habt 3 HP noch gehabt. Oh... Aber komm... Das Nebens zu machen... Ja, das habe ich nicht mitbekommen, dass der da ist. Gott sagt, komm. Dass ich... Das ist halt richtig kacke, dass der Hitman so gar keinen Punkt hat, um sich nicht mal Basismäßig irgendwas zu holen Hattest du eben noch ne Shotgun? Wie, ich hatte eben noch ne Shotgun Nee, äh, Jeremy Ich hatte ne Shotgun Wisst ihr, das schön an TTT ist, wenn ich das aufnehme? Ich brauch nix schneiden, außer die Folgen Ernsthaft? Naja, das musst du in jedem anderen Game auch so machen Dass du nix schneiden möchtest, außer allen Folgen Das ist ja nur ruhig Ja, nee, aber bei anderen Spielen mach ich so, äh, bestäunige ich so ein bisschen Ich komm so mal Sachen raus Und bei TTT mach ich so, da lass ich alles drin Oder du machst epische Helikopter-Szenen Die komplett unepisch sind Ey, lass mich Ich hab, ich hab Musik runtergelegt Ich hab die Bass extrem hochgedreht Also ich will ja nicht sagen, aber wir sind fucking 13 Leute Also ich will ja nicht sagen, aber wir sind fucking 13 Leute Also ich will ja nicht sagen, aber wir sind fucking 13 Leute Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab' Untertitelung des ZDF, 2020